Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Handabenteuer. Heute bin ich mit Limbo und Marcel unterwegs. Wir sind in Ironworks gestartet, haben aber die ganze Zeit schon Schüsse in Goddard Dogs gehört. Wie sich rausstellte, ist auch der Boss dort und wie es weitergeht, seht ihr jetzt. Die machen den, ja. Los rein, ich hätte Dynamit, aber ich habe auch Pumpe. Ja, lass die waschen. Schmeißen und waschen. Ja, mit dem Schmeißen. Da ist einer. Oben. Kappen. Noch einer. Warte. Würde durch das Dynamit angefetzt. Einer ist hier drin. Können wir ihn hochholen oder wo ist der? Wer ist hier draußen? Dach. Metalldach. Dann holen wir ihn schnell. Mach ich gerade. Das ist doch mal Ecke. Kappen. Sehr geil. Weiß. Nice. Ist der rausgesprungen, Jörg, Bruder? Sehr schön. Hat jemand Geier? Nee. Nee. Nee, ich habe einen erstmal gelootet. Hier drin sind aber noch Lootboxen. Immer noch weiß. Wie soll man dort reinkommen jetzt, da bitte? Ja, eigentlich ganz geil, wie er das so spürt. Dann lass mal lieber oben hochgehen. Ja, außen. Tja, nachdem wir die beiden gelegt haben, haben wir noch schnell den Boss gemacht. Das andere Bounty ist irgendwie abgehauen. Und bei uns ist nicht mehr allzu viel passiert. Außer am Ende. 4, 4. Oder? Oh ja. 5, 4, 3. Nee, nee, das schaut man nicht mehr. Aber wir haben das Bounty, ne? 5, 4, 3, 2, 1. Alter! Derjenige, der nicht mit rauskommt, kriegt nicht so viel XP. Aber wenn es Bounty geteilt wird, dann ja, auch nicht so wirklich. Zum Glück ist der Maße ein schneller. Eine Sekunde. Aber gefühlt war die Sekunde sehr lang. Irgendwie schon. 1,5 Sekunden. Der Abend ging natürlich noch weiter mit den beiden. Und in dieser Runde sind wir in Wolfshed gestartet. Und mussten natürlich wieder mal den Handschuh da ein Walking Simulator einlegen. Larsen haben wir dann Schüsse in Salters gehört. Und pirschen uns da gerade an. Viel Spaß mit dieser Runde. Der trifft gut mit. Ich kann leider nur in Nachkampf. Hä? Im Süden immer noch. Ja, bei Arten. Boah. Geben wir ja nicht gerade ran, oder was mach ich jetzt? Ja, so ein bisschen. Fenster ist offen. Links? Ne, das war Limbo. Limbo hat uns verraten. Was soll ich machen? Ja, die sind hinten draußen, oder? Weiß nicht, ich laufe gerade lang. Gehen wir einfach rein. Und verbannen. Vielleicht machen wir mal den Musi und gehen einfach rein. Schießen ja fast, schießen die. Irgendwo da hinten. Schießen die auf Gegner, schießen die auf. Und die kommst du mit? Ja. Los, durchrennen. Es ist weiß. Die sind gar nicht hier. Das war irgendwas cool. Irgendwo ist die 100%-Gerode. Haftploppe, oder was? Hab ich nicht. Ich hab eine. Das ist beim ersten Mal aufploppen, machen wir das nicht. Und die kommst du zu mehr, dann können wir das mit der Aufbombe probieren. Na dann, probier, mach, 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 mach. Achso. Ne, lass uns erstmal schießen. Alter, der Renner. Hm. Wie hab ich mal gesagt, das geht nur beim ersten Mal auf. Ich glaub, ein Jahr, Freunde. Also ein YouTube-Video, wenn wir das mal haben. Shit, hat nicht geklappt. Pass auf, die Gegner sind. Ist immer noch weiß. Aber eben waren da viele. Immer noch weiß. Hä, der ist über mir. Ich hab mal hier... Hast du was zum Zerschießen der Lampe hier? Gut, Martin, gut. Okay, ich heil mich. Hier. Oh, ich hab mich gerade geheilt. Was soll denn die Kacke? Unter mir, unter mir. Ich bin hier im Schuppen. Im Schuppen unter mir, soll ich sagen. Hier kommt gleich einer rein, Martin. Ich blute immer noch wie ein Schwein. Nein, was fetzt das? Da drin. Da drin. Immer noch rot. Einer müsste noch hier vor der Tür sein. Ich konnte es trennen. Dieses Drecksvie... Unten, unten im Platz. Bei mir. Jetzt immer noch einer schmeißt was. Wo ist der? Ich gehe hinten raus. Wo ist der denn im Sepp? Bis links von mir. Ja, unten reingegangen im Schuppen. Bei dir? Ja. Ja. Wo? Ja, hinten rausgegangen. Außen. 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 Unten, unten im Keller. Weiß. Ich hab Geiern. Wir sollten den Bus schnell machen die Woche. Ja. Ich sollte nur sagen, dass ich Geiern habe. Ist der offen? Nee. Dieses Drecksvieh hat mich ständig abgeschossen. Ich hab mich geheilt. Wieder. Okay. Du bist der Pest-Doktor. Ja, ich bin der Pest-Doktor. Dankeschön. Die haben doch ein anderes Team noch gefightet. Im Südosten. Ich würd sagen, wo wollen wir hingehen? Ja. Dann was ich mir nicht ganz erklären kann. Ja, ja. Warum waren die weg und sind wiedergekommen? Ne, die haben das andere Team noch gefightet. Aber gerade waren ja auch noch Schüsse. Ich weiß nicht, wie das geht. Das ist frei. Ich leb nach eben mit dem Dicken hier mit meinem Fächern. Ah, okay. Oder? Ja, klar. Ich kann da nochmal gucken. Immer noch frei. Das schafft er nicht mehr. Nein, das wurde erschossen. Ist dein Ernst? 110 Meter Mosin-Sniper. Oh, das sind die... Oh, das sind die... Oh Gott. Nein, ich hasse mich gespielt. 110 Meter. Meine Leitke. Ist dein? Ja. Hinter dem Haus, hinter dem Pink. Ey, das gibt's doch nicht. Ich hab mich da rumgeguckt. 110 Mosin-Sniper. Oder Ding-Sniper. Zwei Leute. Einer da und einer da beim Limbo. Dann mach mal den links, oder? Ist der weit weg? In dem Haus. Oben drauf. Oder im Haus, ja. Ich dachte, du hast es geworfen. Nee. Ja, ja. Einer war auch hier aufgenommen. Oben auf der Veranda, oder? Ja. Ja. Oh. Auf der Veranda oben. Teiße, ey. Alle außen. Hinter dem, oder? Hinter dem Schuppen? Jetzt komm ich in die Hall. Du schaffst das. Schuhe auf dich. Außensalte. Danke. scheiße einer hat down ach ja scheiße ich habe keine spritze mehr laufen ja im wasser ja du kannst ihn holen der ist ganz weit hinten im wasser der liegt hier in der wiese weiter links im wasser war der da war da irgendwo aber war nur noch vier schuss ich würde gern verbrennen ja ich zeige ihn dir kommt er liegt da offen ich bin zwar ebelster one shot aber ist mir egal genau da auf dem ping liegt er ich meine der hat bounty der kann ich eh wieder beleben hat er keine schuss mehr weiß ich nicht da ist aber ein wagen also wird der schuss haben das sind die ganzen hunde ach komm lass gehen das bringt ja ich habe keine sekunde mehr ich weiß nicht wo der ist ach so wir sehen ja dann ruhig kurz die munition und dann scheiße ja der rennt weg verlangst hat dann seine musik sniper es war keine musik sniper springfield sniper glaube ich ich bin ziemlich sicher das ist springfield da läuft er ich habe ihn angehittet ich sehe ihn auch nicht ich habe eigentlich den ping gesagt ne der rechts ist da jetzt ja da ist er hat er der hat er du kannst ihn pushen der ist bestimmt rechts rum ja nice ich hole dich die hunde aber das ist geil boah sehr schön was sind das denn heute für runden ey oh man da noch ha 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 haha ha aber ich hab kein geld sechs kills ist da auch ordentlich ja die ersten kills habt ihr alle gemacht und dann war es ein duo in der letzten runde bin ich nur noch mit limbo unterwegs wir sind in stillwater gestartet haben nach den clou in chapel geholt und in ellis doch wurde dann der boss in port rica verbannt überall war ein schuss auf der map zu hören was bei du es nicht so selten ist daher haben wir uns ein bisschen zurückgehalten und das ende ist einfach nur köstlich ja wir haben noch vier schuss im weißen haus drunter schmeißt ne freck genäht nichts geht es unten der ist unten läuft nach hinten weg haben wir was zum anzünden ne ich hab schon gelootet und hab nichts bekommen äh ich loote ah ne da ist er ja der ist der hat hit ich glaube ja ja ich hab noch ne flash ja ich hab mich auch wo habe ich nichts 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 tot hä lol gg ich mach den ich mach den ok das war ein geschenk der kill ist frei ich auch sie sie als